In der weiteren Folge wollen wir das UML Aktivitätsdiagramm kennenlernen. Das Aktivitätsdiagramm erlaubt es uns, prozedurale Verarbeitungsaspekte zu modellieren oder einfacher gesagt Abläufe zu modellieren. Mit Hilfe der ablauforientierten Sprachkonzepte kann man mit der UML Abläufe innerhalb von Funktionen oder ganze Geschäftsprozesse modellieren. Am besten, wir schauen uns das im Überblick anhand von ein paar Videos an. Wie gesagt, geht es bei der Modellierung von Aktivitätsdiagrammen in erster Linie um die prozeduralen Verarbeitungsaspekte. Das heißt, ich stelle mir so Fragen wie, was passiert denn zuerst und was soll denn dann als nächstes passieren, beziehungsweise in welchem Schritt übergebe ich Daten an andere Schritte in diesem Ablauf. Das bedeutet, bei der Modellierung von Aktivitäten kümmern wir uns um sogenannte Kontroll- bzw. Datenflüsse zwischen den einzelnen Arbeitsschritten, den einzelnen Aktionen oder Aktivitäten zur Realisierung einer Aktivität. Beim Kontrollfluss geht es um die Reihenfolge der einzelnen Schritte in diesem Prozess. Beim Datenfluss frage ich mich, welche Aktion übergibt denn an welche andere Aktion welche Daten? Der Kontrollfluss und der Datenfluss müssen nicht immer zwingend übereinstimmen. Beispielsweise hätten wir einen Kontrollfluss als Sequenz von drei Aktionen und dabei gilt, dass die erste Aktion direkt an die dritte Aktion Daten übergibt. Das heißt, die zweite Aktion wäre vom Datenfluss gar nicht betroffen. Dann stimmen der Kontrollfluss und der Datenfluss nicht hundertprozentig überein. Natürlich gibt es Konzepte zur Beschreibung, von Prozessen schon sehr sehr viel länger. Es gibt verschiedenste Flowchart-Techniken. Auch Datenflussdiagramme gibt es schon länger, mit denen ich so etwas wie einen Datenfluss modellieren kann. Die kommen nicht erst mit der UML oder mit der Objektorientierung. Jedoch wurden alle diese Sprachkonzepte in die UML 2 aufgenommen. Ich sage jetzt erst einmal bewusst UML 2, weil das Aktivitätsdiagramm sich zwischen der UML 1.4 und der UML 2 signifikant geändert hat. Für alle anderen Diagramme auf dem Niveau, wie wir sie hier vorstellen, ist kein großer Unterschied zu merken zwischen UML 1 und 2. Was wir hier für die Aktivitätsdiagramme vorstellen, betrifft explizit die UML 2. Die wichtigsten Konzepte, die übernommen wurden, stammen vor allem aus den Petri-Netzen. In den Petri-Netzen gibt es auch das Konzept der Tokens. Token fließen sozusagen durch den Ablauf und triggern, wann einzelne Aktionen in diesem Ablauf gestartet werden. Aber auch andere Sprachen haben eine Relevanz. Beispielsweise am Ende lernen wir Signale und Ereignisse kennen. Diese stammen aus der Business Process Execution Language, einer XML-basierten Ablaufbeschreibungssprache. Ja, somit haben wir die verschiedensten Sprachkonzepte, nachdem wir so mächtig sind, so viele verschiedene Sprachkonzepte haben, können wir auch viele verschiedene Anwendungen damit modellieren. Das heißt, wir haben ein breites Anwendungsfeld für die Aktivitätsdiagramme. Wir können Aktivitätsdiagramme am Beginn des Software-Engineering-Prozesses nutzen. Bei den Anwendungsfalldiagrammen hören wir, dass jeder Anwendungsfall einen Stand-Up-Ablauf hat. Stand-Up-Ablauf heißt, wie eine Akteurin mit dem Anwendungsfall interagiert. Natürlich können wir diesen Ablauf als Aktivitätsdiagramm modellieren. Grundsätzlich, unabhängig von jeglichen Anwendungsfällen, können wir auch Geschäftsprozesse modellieren. Aber nicht nur klassische Geschäftsprozesse, sondern jegliche Form von Prozessen wie chemische Prozesse beispielsweise. Natürlich können wir UML-Aktivitätsdiagramme auch später im Software-Engineering-Prozess einsetzen. Beispielsweise könnten wir modellieren, was in der Implementierung einer Operation passiert. Das heißt, während Sequenzdiagramme aufzeigen, wie die Objekte miteinander kommunizieren, kann ich das Aktivitätsdiagramm dazu nutzen, um zu zeigen, was innerhalb eines Objekts beim Ablauf in einer Methode passiert. Natürlich sollte ich mich bei Nutzung einer grafischen Notation darauf beschränken, was denn wesentlich ist bei der Implementierung dieser Methode. Ich werde nicht bei einer grafischen Notation Modellierung tausende Kästchen modellieren, wenn ich das gleiche einfacher mit 1000 Codezeilen beschreiben kann. Das bringt mich aber schon zum nächsten Punkt. Grundsätzlich verwendet man eine grafische Notation, wie wir sie hier vorstellen werden. Es sind jedoch auch andere Notationen für Aktivitätsdiagrammen erlaubt, wie beispielsweise ein Pseudocode. In diesem Kurs beschränken wir uns aber auf die grafische Notation für die Aktivitätsdiagramme. Soweit zur Einführung. Wir sind nun bereit, uns Aktivitäten, Aktionen und Übergänge näher anzusehen.